Ja, ich denke, es waren natürlich erst einmal drei Hiobsbotschaften vor dem Spiel natürlich im Hotel. Gente, Martin Harnik und Alex, die ausgefallen sind, krankheitsbedingt. Ich denke, man hat gesehen, was wir vorhatten, dass wir natürlich die Breite von Bayern München abdecken wollten über die Außenposition. Da waren wir mit der Fünferkette natürlich dann auch breit aufgestellt, hatten dann auf rechts mit Flo gegen Ribéry natürlich auch immer Kontakt zum Spieler. Das hatte einmal, waren wir zu weit weg, das hat Bayern dann auch mit dem 0-1 ausgenutzt. Das zweite Tor macht Alaba natürlich mit einem kleinen Wackler zu billig, da hätten wir wesentlich konsequenter im Verteidigen sein müssen. Danach haben wir eine Reaktion gezeigt mit dem Anschluss-Tor, das natürlich glücklich war, der Ball fällt runter im Sitzen, macht Dieter dann den Ball in den Winkel 1-2. Wenn Bayern nochmal Costa natürlich von der Bank frisch springen kann und der natürlich dann durchgeht, macht das 1-3 natürlich klasse. Davor hat Titi den einen Ball natürlich von Thiago an die Latte gelenkt, war natürlich auch eine klasse Reaktion vom Torwart. Du hast also eine klasse Reaktion vom Torwart stellt.